Ja, hallo zu den schrägen News der KW6 in 2020. Meine Themen heute sind natürlich nochmal der Coronavirus und der Supercharchar Schüren mit V3. Ja, und ich war bei NowYouNow zu Gast und bitte nicht den Dino-Mode verwenden. Wie immer ist dies eine Dauerwerbesendung und gesponsert auch diese Woche wieder von DieMobilisten, DieMobilisten.de, die Autovermietung aus Heiningen bei Göppingen und ihr kriegt immer noch 20% Rabatt auf eure erste Buchung. Ja, wir warten auf das Model Y auch in Deutschland. Deutschland, Produktionsstart ist ja schon, ersten Auslieferungen sind demnächst zu erwarten, nächsten Monat. Wann kommt es zu uns? Ich habe gesagt Q3 2020. Es könnte aber auch sein, dass es in der neuen Gigafactory Berlin produziert wird. Es wird auf jeden Fall dort produziert und wahrscheinlich vielleicht alle für Europa, alle für Deutschland. Ja, dann wäre das Mitte 2021. Hm, nicht so gut. Ich denke, es werden am Anfang welche rübergeschippert von USA oder wenn nicht, dann wird ja dasselbe passieren wie beim Model 3. Dann wird man welche importieren mit dem falschen Stecker, nicht mit CCS und irgendwie mit dem Adapter versuchen hier ans Laufen zu kriegen, wie es damals beim Model 3 ja auch war. Ich denke nämlich schon, das Model Y ist das Auto, auf das wir hier warten. Ihr wisst schon, sieben Sitze und Kühlschrank. Ja, hat jemand darauf hingewiesen, Kühlschränke sollte man nicht liegen transportieren, wobei ich nicht sicher bin. Ich glaube, wenn man sie das erste Mal kauft und noch nicht in Betrieb genommen hat, kann man sie so transportieren, bin aber nicht sicher. Was kann das Model Y? Es sind neue Zahlen gekommen, nämlich 325 Meilen nach EPA. Das sind dann 507 Kilometer nach EPA. Auf der Webseite steht 505 nach WLTP geschätzt, wie sie das gerade nennen. Ja, und das wäre umgerechnet, das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das Model 3 Long Range hat 15,2 laut Tesla. Und hier gehen wir davon aus, dass dieses Model Y einen etwas schlechteren CW-Wert hat. Und deshalb ist das für einen SUV, Crossover, Mini-SUV, ein super Wert, wenn das sich so bewahrheitet. Und diese Werte erreicht man tatsächlich im Sommer, beziehungsweise bei Temperaturen, bei denen man weder heizen noch kühlen muss. Oder man schaltet die Klimaanlage, die Heizung einfach komplett aus. Und dann erreicht dieses Auto tatsächlich auch diese Werte. Ja, was auch noch jetzt interessant war, die große Maschine ist scheinbar in Betrieb bei dem Model Y. Wird wahrscheinlich auch hier in Deutschland dann aufgebaut. Was heißt die große Maschine? Das ist nämlich ein neues Verfahren, wie man die Karosserie herstellt. Nämlich mehr mit Gießteilen als mit Stanzteilen und dann Biegeteilen. Und dazu gibt es auch noch ein neues Patent. Zwei Patente kamen die Woche. Ein Patent war in diese Richtung, nämlich eine neue Aluminiumligierung wohl von Tesla, die diese beiden Eigenschaften vereint. Also es ist fest ist nachher und trotzdem aber auch scheinbar gegossen werden kann und nicht gebogen gestanzt werden muss. Ich bin da nicht so der Experte. Ob man das aus diesen Bildern jetzt hier sieht, weiß ich nicht. Wurde aber nochmal darauf hingewiesen, die große Gießmaschine oder die große Maschine, die nicht mehr 70 Teile jetzt hat, sondern bloß noch ein Teil. Also ganz tolle Sachen da. Und wir haben auch zum ersten Mal jetzt einen richtigen Größenvergleich. Wobei einige mir ja in den Kommentaren schon geschrieben haben, das Model Y ist deutlich länger als das Model 3. Hier ist das nicht so dargestellt. Ich weiß nicht, ob der Film läuft. Naja, der läuft ein bisschen schlecht. Nicht so super toll. Ja, also da sieht man es nicht so toll hier. Ich gehe nochmal zurück. Standbild hier. Also vorne Model 3, hinten Model Y höher ist klar. Auch die Proportionen sind jetzt interessant. Also das hier. Oh, ich habe für euch den Leuchtstift eingeschaltet. Hier das hier, das ist weiter nach vorne gezogen. Das sehe ich jetzt so auch zum ersten Mal. Und hinten eigentlich wieder bündig. Wäre schön, wenn es so ist. Dann ist es nämlich doch relativ kompakt. Wenn da jetzt nochmal 30 oder 25 oder 20 Zentimeter dazukommen, ist es wieder ein riesen Schoss. Ja, ich bin nicht so der Felgenexperte oder Fanatiker. Das interessiert mich da unten jetzt nicht. Aber das sind die neuesten Neuigkeiten hier aus der Ecke vom Model Y. Auch beim Corona gab es natürlich die Woche wieder eine Entwicklung. Ja, in Bayern ist jetzt auch ein Kind infiziert. Dort war jetzt nochmal die Meldung, 10.000 Menschen wären infiziert. Man sieht auch immer solche Prognosen. Naja, nee, das sind eher die Statistiken. Hier waren es dann 17.000. Und Auswirkungen hat es auf den Börsenkurs auf der einen Seite ganz deutlich in China. Hier 7,7 beziehungsweise 8,5 Prozent jetzt an der China-Börse, chinesischen Börse. Und weiterhin versuchen natürlich Europäer, Briten und auch Deutsche ihre Landsleute auszufliegen. Hat da nicht immer den gewünschten Effekt gehabt. Erst hat man gedacht, die wären nicht infiziert, das hat man aber doch infiziert oder drunter. Und es scheint auch so, wenn man in so einem engen Umfeld wie in so einer Flugzeugmaschine auch unterwegs ist, werden doch auch mehr oder weniger alle angesteckt. Das ist so die Gefahr, weil die Übertragung doch relativ einfach geht. Ich weiß nicht, wie sicher da diese Mundschutzgeschichte dann da ist. Ja, die Briten sind ja ausgetreten aus der EU und wollen jetzt auch aus China austreten. Nee, die wollen auch nur China verlassen. Ja, wie schlimm ist es tatsächlich vor Ort? Da habe ich diesen interessanten Beitrag von der ARD gefunden. Wuhan, die abgeriegelte Stadt und tatsächlich leere Straßen. Ihr könnt euch das Video mal angucken. Da sieht man, hat man so ein bisschen den Eindruck. Wir hier spielen das ja so ein bisschen runter. Es wäre bloß eine Grippe und so weiter. Weiß nicht, dort in China nimmt man das sehr ernst. Es kommen jetzt auch zum ersten Mal noch so Sachen raus, dass die Regierung wohl am Anfang doch versucht hat, das zu vertuschen. Ein Arzt, der das am Anfang ja publik gemacht hat, ist jetzt gestorben und hat damals einen Maulkorb bekommen. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt weitergeht, bis es im Griff ist. Viele sagen zwei Wochen ungefähr noch, bis man mal so merkt, okay, jetzt haben wir es. Aber Entwicklung von einem Impfstoff oder einer Behandlung speziell für das Virus ist wohl schwieriger. Da rechnet man wohl von Monaten. Deshalb versucht man gerade zugelassene Impfstoffe für ähnliche Krankheiten, ob die auch wirken. Ja, wir haben jetzt insgesamt wohl am Ende der Woche jetzt 13 Infizierte offiziell in Deutschland. Ansonsten 28.000 in China angesteckt. Zwei Kreuzfahrtschiffe stecken auch fest mit 7.000 Personen an Bord. Das ist natürlich noch tragischer, die ganze Geschichte. Auch dort verbreitet sich das dann massiv. Ja, es ist erst ein Absagen hier. LG hat eine Messe abgesagt. Die ganze Messe ist noch nicht komplett abgesagt. Aber man geht ja so davon aus, man soll nicht mehr so viel rumreisen. Und vor allem nicht in den asiatischen Raum oder aus dem asiatischen Raum raus. Hat natürlich Konsequenzen. Auch hier Hyundai. Die Werke stehen teilweise still. Sie können da nicht weiterarbeiten. Ihnen fehlen Kabelbäume von Zulieferern. Alles Auswirkungen dort. Ja, viele sind ja jetzt noch in den zwei Wochen nach dem Neujahrsfest, wo man eh dann zumachen wollte. Das wird sich also nächste Woche oder übernächste Woche erst zeigen, ob das noch weiter Auswirkungen hat. Es gibt da auch so Übersichten einer. Vielen Dank, hat es gepostet. Ich weiß nicht, ob ich es weiter veröffentlichen soll. Das war ein bisschen ein dubioser Zugang. Ich mache euch aber mal hin. Ihr könnt mal selber gucken, wo man so ein bisschen auch die Raten sieht, falls es jemanden interessiert. Ich weiß nicht, wie genau das hier getrackt wird. Vielen Dank für alle Infos auch von eurer Seite. Dazu bin ich noch unschlüssig, ob es jetzt ein länger anhaltendes Phänomen ist oder ob man das schneller in den Griff bekommt. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die chinesischen Behörden jetzt im Moment sehr stark dahinter sind. Was machen unsere Kollegen denn sonst so? Unsere Politiker sind teilweise mit etwas anderem beschäftigt. Mit Thüringen rede ich jetzt gar nicht. Nein, zum Beispiel die Fahrer von e-Tretrollern sollen womöglich eine Prüfung ablegen, weil die doch eine Gefahr sind im Straßenverkehr. Man hat da wohl doch einige Unfälle, wo man wohl gesagt hat, die müssen irgendwie eine rudimentäre Prüfung zumindest haben. Keinen richtigen Führerschein oder sowas. Vielleicht gibt es auch dann Einschränkungen im Alter. Das muss man sich alles mal angucken. Eigentlich prinzipiell sollen die ja schon auf der Straße oder den Radwegen fahren. Nicht auf den Gehwegen tun sie natürlich trotzdem. Und es gibt natürlich höhere Strafen womöglich für Autofahrer, die Rasen pöpeln. Ja, das ist dann wieder gut. Was auch Pflicht werden soll, sind die Smart Meter, die intelligenten Zähler. Die man auf jeden Fall braucht zur Digitalisierung der Stromnetze. Die sind dann nämlich auch in der Lage, Daten nicht nur zu übermitteln, womöglich auch irgendwie sich abzuschalten. Also vor allem auch im Bereich von Elektroautos aufladen. Deshalb ist es im Moment vorgeschrieben, wenn man 6000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht. Das kriegt man hin, wenn man ein Elektroauto lädt. Ich würde das auch hinkriegen, glaube ich, knapp. Im Moment kriege ich es nicht hin, weil ich das Auto ja nicht zu Hause lade. Und wenn man eine Solaranlage mit mehr als 7 Kilowatt Leistung hat, Peak, dann muss man eigentlich einen intelligenten Zähler haben. Ich habe diese alten Dinger noch so drin, die auch rückwärts laufen können. Und das sind die neuen. Fatal ist eigentlich, ich müsste mir bei meiner E-MbW aber mal informieren, dass man meistens die Zähler die Umrüstung selber zahlen muss und auch den Zähler irgendwie zahlen muss. Die anderen kriegt man ja meistens nachgeschmissen. Die kosten ja 20 Euro. Die da sind natürlich bei ein paar hundert Euro oder zumindest über 100 Euro. So, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr da für Erfahrungen habt bei eurem Anbieter, wie das da geht. Ja, wir sind ja eigentlich hier in Europa so ein bisschen drauf. Wir wollen unabhängig werden von den USA und auch von den Daten in den USA. Deshalb Cloud-Anwendungen hier mit dem GAIA-X, wo kommt denn dieser bescheuerte Name her, Daten in Europa speichern. Und SAP-Chef hier, wie heißt er, hat gesagt, Christian Klein. Herr Altmaier, das muss gar nicht sein. Es ist doch heute schon so oder heute schon möglich, bei SAP natürlich. Aber der Herr Altmaier wollte ja einen eigenen Server aufbauen oder eigene Server, die tatsächlich in, ich weiß nicht, wem sie dann gehören sollen, vielleicht sogar der Bundesregierung. Das wäre natürlich was für zumindest hier diese Daten, die in dem Umfeld, das sind dann vermutlich nicht nur die Personendaten für Passausweise und sowas, auch Krankendaten, dass sie da was Eigenes aufbauen. Ja, wäre schön, sie bleiben dabei und lassen sich nicht belullen hier von irgendwelchen großaktionären Konzernen, die irgendwie dann Einfluss drauf nehmen wollen. Was aber irgendwie auch passieren soll, na gut, Shell sagt jetzt auf jeden Fall mal andersrum, das passiert nicht von der Regierungsseite, sondern Eigeninitiative, eine freiwillige CO2-Abgabe. Ja, man merkt jetzt, viele steuern so dagegen, die Regierung kommt nicht in Gang mit den Sanktionen oder mit den Fördermitteln. Deshalb Shell macht mal eigene Sanktionen und sagt, wir geben freiwillig eine CO2-Abgabe aus, weil wir ja diesen schädlichen Sprit verkaufen, der CO2 erzeugt. Natürlich sollen das dann die Kunden zahlen. Ich weiß da nicht, ob Shell selber da einen Anteil übernimmt. Das soll auf jeden Fall dann zur Aufforstung der Wälder genommen werden. Hört sich gut an. Im Moment steht da ein freiwilliger Aufpreis vom Kundenseite. Wäre schön, Shell wird sich da beteiligen, 50-50, dann würde ich das auch gut heißen. Also 50% zahlt Shell nochmal dazu, also dasselbe nochmal, das, was der Kunde draufgelegt hat. Das fände ich gut, Vorschlag. Ansonsten ist das natürlich, also bei Flugreisen kann man ja schon sein CO2 ausgleichen. Ich wüsste nicht, ob es bei anderen Sachen geht. Also das hier auf Treibstoff wäre natürlich interessant. Wieder hier ein Beispiel von Opel PSA. Die wollen eine Zellfabrik jetzt auch aufbauen in Frankreich oder bei Kaiserslautern eigentlich. Ja, in Frankreich auch eine Fertigung oder auch noch was machen. Ich weiß nicht genau, wo ist das in Opel schon? Ja, also auf jeden Fall eine Zellfertigung aufbauen und das wird eine echte Gigafact-Fabrik. Ja, das ist wieder eine Anspielung auf Tesla. Gigafactory, also eine Gigafabrik. Im Jahr 2024 wird sie dann in Betrieb genommen. Da hat Tesla wahrscheinlich zehn weitere gebaut. Ja, ihr seid einfach hinten dran. Ihr seid zu spät dran und müsst nicht immer so komische Anspielungen machen. Baut sie übrigens in derselben Größenordnung mit demselben Output, dann ist das auch alles positiv. Auf der anderen Seite muss man immer auch beachten, das was die meisten bauen, nämlich Pouchzellen, ist die Frage. Ist das die alte Technik? Ist das die super neue Technik? Ich bin der Meinung, das was Tesla baut, ist eher so eine Batterietechnik, die doch ein bisschen weiterentwickelt ist. Deshalb kann auch so eine Sache hier mal nach hinten losgehen. Womöglich kriegt man dann gar keine Rohstoffe oder die Batterien taugen am Ende nichts. Bin ja auch mal gespannt bei diesen Autos, die jetzt diese hohen Ladeleistungen haben, e-tron oder Taycan, wie lange das eigentlich geht. Oder ob die alle ihre Batterien kaputt machen. Weil sonst hätten die ja die Wunderbatterie drin. Ja, wir wollten doch letzte Woche die 2 und 1 Cent abschaffen. Finanzminister Scholz sieht das nicht so, weil es gäbe ja viele Geringverdiener und die müssten auf jeden Cent achten oder mit jedem Cent rechnen. Und das wäre dann ja doof, wenn der Cent nicht mehr da wäre. Herr Scholz, ich weiß nicht. Sie kommen später nochmal hier in der Sendung vor. Also, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ja, also, ich habe ja Bundesinnenminister Seehofer gelobt, dass er diese Biometrie, die Gesichtserkennungsgeschichte da über Kameratechnik nicht zugelassen hat oder nicht in Gang gesetzt hat. Hier ist nämlich jetzt dann doch nochmal von den Sicherheitsbehörden gekommen. Es wäre doch eigentlich nicht schlecht, wenn wir das hatten. Automatische Aufnahmen. Auch unbescholtener Bürger ist vertretbar, wenn man dann die Gauner damit fasst. Wer das mal sehen will, wie das live tatsächlich so gedacht ist, der haben ja einige auch einen Kommentar geschrieben, dass es tatsächlich zum Beispiel in China so ist. Und man hat das auch mal so über den Schultern von jemandem gucken, dann auch tatsächlich gesehen. Mit dem Tagging auch, also wir reden ja beim autonomen Fahren immer von Tagging, auch dass dann direkt daneben steht, wer ist das hier, was hat die für Vorstrafen in den sozialen Netzwerken und so. Wer das live sehen will, kann sich hier Filmtipp von mir Continuum angucken. Das spielt nämlich im Jahr 2077, 2077 und da ist das Realität, wobei den Bundesbehörden dort bei der Polizei, bei den Sicherheitsbehörden solche Sachen einzusetzen. Ja, ich war ein bisschen in Zweifel an den fliegenden Teilen dort, Antischwerkraftaggregate, ob wir das wirklich bis 2077 haben. Diese Technik denke ich allerdings, jo, das könnte sein. Ja, Huawei gibt sich nicht damit ab, dass sie hier geschasst werden. Ich glaube morgen oder heute oder am Wochenende zumindest ist bei der Bundeskanzlerin ein Gespräch mit Nokia und wer noch dabei? Ericsson, glaube ich. Ja, zwei europäische Firmen zum Aufbau von dem 5G-Netz. Und nochmal der Frage, ob man Huawei außen vor lassen soll oder nicht. Ja, jetzt machen die natürlich wieder uns einen Strich durch die Rechnung, indem die jetzt plötzlich in Europa auch Produktionsstätten aufbauen und damit Arbeitsplätze schaffen und dann plötzlich ein europäisches Unternehmen sind und dann ja vielleicht mit China gar nichts mehr zu tun haben. Ja, also Huawei hängt so der Hang dran, dass sie überall in ihren Chips so Sachen reingebaut haben, die nach Hause telefonieren. Wie macht denn Elon Musk das? Also Elon Musk macht das folgendermaßen. Der sucht ja neue Rekruten hier für sein autonomes Fahren. Das war das Video vom letzten Mal. Da kommt, seht ihr nämlich übrigens dieses ganze Tagging. Also dass man dran schreibt, was ist das? Das ist, du bist ein Stoppschild. Du bist ein Auto, was so und so schnell fährt. Hier am Rand sehe ich folgendes. Das ist eine Ampel, die ist gerade grün. Genau, und das müssen ja irgendwelche Leute programmieren. Also gibt es demnächst im Haus von Elon Musk in ein paar Wochen einen Hackathon. Ja, Hackathon ist total in. Da kommen Leute, die sagen, ich kann programmieren. Er hat übrigens auch genau aufgezählt, in was? Wenn ich mich recht erinnere, erst Python. Sie machen sehr viel in Python. Und dann nachher, wenn es aber zu langsam ist, dann native in C, C++ auf den entsprechenden Prozessoren. Ja, wer sowas kann, der kann sich da melden. Und es ist vollkommen egal, ob du einen Highschool-Abschluss hast oder auch nicht. Und ob du eine Promotion hast oder irgendwas. Komm einfach und hier im Haus von Elon Musk. Ich weiß nicht, wie man sich da anmeldet, real. Aber coole Idee. Das heißt nicht, dass Leute, die das studiert haben. Ich habe auch immer Informatik studiert, dass die nichts taugen. Das heißt das nicht. Ja. Sie haben auch ein neues Patent rausgebracht. Es ist das zweite Patent jetzt. Das eine war mit dem neuen Aluminium. Das ist ein Patent hier Bedienkonzept. Ein zukünftiges Bedienkonzept wahrscheinlich in allen Fahrzeugen. Obwohl es jetzt nach Model 3 natürlich aussieht. Könnte aber Model X, X und S natürlich später auch sein. Die sollten ja mal irgendwann ein Facelift bekommen. Wird sogar sagen, wenn man die umfaceliftet, werden die dieses Lenkrad bekommen. Hier mit so Touch-Sensorik und da noch hier auch so Multifunktionsknöppels. In einer anderen Beschreibung war hier mit dem T sogar noch irgendwas los. Und da wird hier im Detail beschrieben, was da wie passiert. Und einige Funktionen, die mir jetzt auch fehlen. Hier zum Beispiel, dass man über die Rollräder die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit einstellen kann. Das kann man ja im Model S und X machen. Das kann ich bei Model 3 alles nicht. Es ist detailliert beschrieben hier, dass man da verschiedenste Funktionen drauflegen könnte. Swipe right und left, also nach rechts und links irgendwie drücken. Oder nach oben und unten. Oder nur nach unten. Und draufklicken oder länger klicken. Und dass das dann eine Funktion auslöst, eine entsprechende. Und ein Feedback, auch ein haptisches Feedback. Also das würde man auch reinbauen. Das gibt es aber auch schon leider in irgendwelchen. Deshalb wundert mich, dass das ein Patent sein soll. Dass dann so das ein bisschen ruckelt oder irgendwie was. Hier haptisches Feedback ist so eine Vibration oder ein Release oder ein Klick oder sowas. Ja und es soll auf dem Bildschirm irgendwie sichtbar sein. Da haben sie die verschiedensten Sachen hier mal als Beispiel hingemacht. Ich mache euch einen Link unten rein zu den Dokumenten, wenn es euch interessiert. Ja, einige Sachen fehlen mir im Moment tatsächlich beim Model 3. Wäre schön, wenn man da das ein bisschen weiterentwickelt. Obwohl ich hier einige Sachen da unten mit der Gangschaltung schon ein bisschen fancy fand. Was sie irgendwie komplett vergessen haben, habe ich gerade so gedacht, ist Blinker. Ich glaube, es ist Vorschrift, dass man den Blinker immer auf dem Hebel hier links haben muss. Oder wie ist das? Ich glaube schon, weil sonst können einige Leute, glaube ich, mit dem Auto nicht mehr fahren. Ja, es ist irgendwo jetzt ein Auto zugelassen, was überhaupt kein Lenkrad mehr hat und Gas und Bremse. So ein richtig autonomes ist jetzt zum allerersten Mal in den USA zugelassen, dass eine Firma das testen kann. Kam ganz spät noch rein und habe ich aber jetzt deshalb nicht mehr reingeklebt. Ja, was ich schön fand hier, die Kollegen von NowYouKnow, die haben mein Video angeguckt, wo ich zum ersten Mal hier auf der Todesstrecke geschrieben habe, das Auto hat sie eigentlich geschafft, wenn ich Gas gebe oder die Geschwindigkeit bestimme und das Auto nur lenkt. Ich wollte damit ja beweisen, dass das Auto der Tesla im Grunde richtig fahren kann, also lenken kann. Er hat bloß ein Problem mit der Geschwindigkeit. Er fährt einfach zu schnell. Er erkennt meine Kurven nicht richtig, ist eigentlich das Problem. Und da er ja die Karte nicht liest, die ich ihm ja hier auch mal hingemalt habe, versucht er das immer visuell zu erfassen. Das ist bei unseren Kurven jetzt hier auf der Schwäbischen Alb scheinbar zu schwierig. Oder andere Theorien, es sind zu wenig Teslas dort gefahren, deshalb ist es dem Tesla nicht bekannt. Jetzt nochmal zu den Fragen, warum das bei meinen Kurven nicht funktioniert. Ja, die Kollegen hier von NowYouKnow haben das dann einen Scenic Mode, also irgendwie einen, was gar nicht wie das heißt, ländlichen Modus genannt, dass man also so enge Kurven fahren kann. Sie haben nicht verstanden, was dahinter steckt. Übrigens der Martin, hier hat er mir nämlich extra nochmal geschrieben, der hat mir nochmal gestern geschrieben, dass er das eigentlich dorthin geschickt hat, an den Zack oder an wen. Und die das deshalb aufgenommen haben und auch detailliert ja selber probiert haben und dann sich überlegt haben, wozu das gut sein soll. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass in den USA die Autos viel besser selber die Geschwindigkeit bestimmen. Sie haben also nicht ganz verstanden, worum es mir eigentlich ging. Okay, aber super, dass die das aufgenommen haben und eigentlich eine ganze Weile darüber berichtet haben und selber aber davon überzeugt waren, dass das Tesla das irgendwie selber hinkriegt und man da nicht tricksen muss. Super. Winke, winke an die Kollegen. Ja, wie warst, geht es weiter bei uns? Ja, Tübingen will eine Verpackungssteuer einführen auf Einweg-Kaffeebecher. 2021 soll das dann, also nächstes Jahr, 50 Cent kosten. Ja, vieles kostet ja schon irgendwie Geld. Dann muss aber links auch eine Möglichkeit bestehen, dass man seinen eigenen Becher mitbringt oder irgendwie eine Alternative dazu. Sonsten wäre das eine Strafe, weil die Einwegbecher müssen ja einfach weg. Ja, gut, bei Tüten musste man irgendwann, die Plastiktüten musste man auch irgendwann kaufen. Na, dann 20 Cent oder 20 Pfennig gekostet. Ich weiß gar nicht, was die heute kosten. Ich kaufe nie eine Plastiktüte. Ist dann so ähnlich. Okay, bin mal gespannt, in welche Richtung das da geht. Oder gibt es dann Einweg-Kaffeebecher, die verrottbar sind? Also bei McDonald's oder bei den Fastfood-Ketten gibt es ja viele so Verpackungen, die eigentlich verrotten. Sind dann ja eher positiver zu sehen. Ja, hier auch nochmal jetzt die Pläne vom Finanzminister Scholz zur, wie nennt das, Finanztransaktionssteuer. Ja, er will ja irgendwas damit finanzieren. Und jetzt kritisiert das aber jeder. Soweit ich es verstanden habe, wir sind ja auch in der Börse unterwegs hier, zumindest mal virtuell für uns. Es trifft eigentlich alle Anleger, die in irgendeiner Form an der Börse spekulieren. Und zwar mit Börsenwerten, deutschen Börsenwerten von Firmen, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. Ja, also wir spekulieren ja meistens nicht mit europäischen Börsenwerten. Uns würde das nicht treffen. Ist aber total La Quatsch eigentlich, diese ganze Einschränkung. Also das muss er sich wirklich mal überlegen. Ich hoffe, dass das verhindert wird. Ansonsten ist natürlich das komplett falsch, dass man da keine Steuern zahlen müsste. Das stimmt ja nicht. Weil man wahrscheinlich an Börsenspekulationen, wenn man es richtig macht, ziemlich schnell über die Beträge kommt, die man als Freibetrag hat. Und dann muss man natürlich Steuern bezahlen, Herr Scholz. Weil solche Händler, die ja ständig kaufen, verkaufen, die machen ja schon einen Gewinn damit. Ja, Gewinn. Unsere deutsche Automobilindustrie möchte mehr Gewinn machen. Deshalb gibt es keine Rabattaktionen gerade. Staatliche Rabattaktionen gibt es ja sowieso nicht. Und deshalb auf Neuwagen sind jetzt generell mal teurer. Das würde ich sagen, ist für deutsche Hersteller so. Die Asiaten überlegen sich ja was. Zumindest bei ihren Angeboten für E-Autos. Ja, da gab es die Woche nichts Neues dazu. Schade, schade, dass das alles nicht in Gang kommt. Ja, was macht denn Greta? Ja, Greta Thunberg ist in Afrika unterwegs. Ich weiß nicht, ob sie selber in Afrika ist. Sie sagt zumindest, man sollte mal Afrika näher betrachten. Weil da nämlich zum Beispiel genau wie in Australien, das haben wir ja schon gesehen, auch entsprechende Auswirkungen der Klimakrise schon zu sehen sind. Ostafrika hat ungewöhnlich viel Regen und südliche Afrika hat schwere Dürre. Ja, wir haben das gar nicht auf dem Schirm, obwohl ich neulich ja auch mitgekriegt habe, unsere von der Leyen, neue EU-Ratspräsidentin. War ja auch in Afrika und wollte mehr mit Afrika machen. Also interessante Geschichte. Wir unterstützen ja an Weihnachten auch immer Afrika in der Sahelzone. Gut, Peugeot. Peugeot ist auch jemand, der jetzt ja demnächst den E-208 und den E-2008 hier auf den Markt bringt und Plug-in-Hybriden und so weiter. Und was braucht man natürlich zu Hause? Das ist eine große Ladesäule und die machen das mit Inno2 Grid. In der heimischen Garage dachte ich, ja wahrscheinlich sind das für eine gesponserte Wallbox für 350 Euro. Ja, Pustekuchen, man sieht da überhaupt nichts. Da soll man erst einen Beratervertrag abschließen und dann kriegt man ein Angebot von Inno2 Grid. Ja, und dann kostet das Ding ja doch wieder 500 Euro. Also, Hinweis an alle Automobilhersteller, die in Elektromobilität einsteigen und den Leuten eine Wallbox mitliefern wollen. Einfach kostenfrei mitliefern. Oder günstig, 200 Euro, 250, unter 300 Euro. Natürlich mit einer guten Funktion, 22 kW maximal und Display, ja, keine Ahnung, was man noch so braucht. Halt, Absicherung und so weiter, das ist klar. Und womöglich auch mit Installation. Nicht Kabel verlegen, das nicht, aber Installation an der Wand und so was. Dann wäre das innovativ. Das hier ist wieder nur Ankündigung. Ja, ich habe aber das, wie gesagt, nicht gesehen. Ich habe es gleich am ersten Tag, wo das kam, angeklickt und nichts gefunden dazu. Audi macht es da besser. Wir will nämlich das Ladeangebot auf den eigenen Parkplätzen ausbauen. Und zwar jeder zehnte eigene Parkplatz bei Audi soll eine Ladestation bekommen. Natürlich steht jetzt hier wieder nicht, ob die kostenfrei ist oder wie die funktioniert. Das wäre dann wieder ein schöner Zusatz gewesen. Jeder zehnte Parkplatz eine kostenfreie Ladestation oder eine gesponserte Ladestation. Also man kann da noch vieles machen. Hier bei uns um die Ecke, übrigens jetzt von groß zu ganz kleinen Grübingen. Grübingen kennt ihr, das ist da, wo der Rastplatz ist, da wo der Ionity-Säule steht. Und früher habe ich da ewig immer kostenfrei geladen. Also das ist ja, ihr kennt das, ich fahre da immer vorbei oder hin. Und die sind jetzt zum ersten Mal auch auf den Dreh gekommen. Ja, wir wollen jetzt ein Mietautosystem dort haben mit E-Autos, Carsharing. Und zwar von DIA. Ja, DIA ist mir schon mal untergekommen. Die sind nämlich eigentlich im Schwarzwald unterwegs, in Kalf. Und die war nochmal Sponsor beim E-Auto-Treffen in Rob am Neckar. Letztes Jahr leider nicht. Ich hatte aber mit den Kolleginnen und Kollegen auch schon mal Kontakt aufgenommen. Ist leider nichts zustande gekommen. Wollten meine Unterstützung nicht ein bisschen schade. Also ich kann gerne nochmal für euch hier Werbung machen, wenn ihr euch in unserem Bereich hier ausbreiten wollt. Ich glaube im Göppinger Raum sind die nämlich schon unterwegs. Hier bloß bei uns nicht. Und deshalb war das jetzt interessant. Grübingen ist so letzte Eck, glaube ich, vom Kreis Göppingen. Wenn sie im Kreis Esslingen auch was machen wollen, würde ich euch gerne werbetechnisch unterstützen. Guckt natürlich jetzt keiner zu. Ja, und interessant, Grübingen hat sich nämlich erst geweigert. Also die haben den Mordsladepark da und in der Stadt haben sie sich geweigert, eine Ladesäule aufzustellen. Schön, dass jetzt auch kleine Bereiche hier aufspringen. Ich habe mich nämlich schon überlegt, ob ich das für Weilheim mal andeuten soll. Wir könnten auch so ein Carsharing hier aufbauen. Aber wer das mit so einer Firma macht, wäre das natürlich cool. Ja, was ist sonst so los? Unsere Umweltministerin Schulze ist eigentlich dafür, dass man die Spritzschlucker mehr besteuern soll. Die CDU ist leider dagegen. Denn Spritzschlucker, damit meint man natürlich die SUVs, das könnte nach hinten losgehen, weil die auf dem Papier nämlich gar keine Spritzschlucker sind. Das hat mir ein Kollege gesagt, der so ein SUV als Firmenwagen bei uns fährt. Der hat gemeint, nee, nee, guck mal hier auf die Verbrauchswerte, der ist gar nicht so schlecht. Dicker Daimler war das, glaube ich. Ja, die CDU und die CSU, die gehören ja irgendwie zusammen und die CDU, okay. Aber die CSU, die hat gerade tatsächlich eine Kampagne, Tempolimit, nein, danke, macht mit gemeinsam gegen das Tempolimit. Also das ist ja nur wirklich völlig falsche Richtung. Ich war neulich mal in Bayern auf so einer Schnellrasestrecke da unterwegs, so nördlich runter da nach München. Ist natürlich cool, so zum Langrasen, aber boah, also Leute, das geht wirklich in die falsche Richtung. Na gut, wir werden mal gucken, ob wir da um das Tempolimit drumherum kommen, ich glaube es nicht. Alle warten jetzt auf die tolle Studie. Ich hoffe, jemand hat die mal da in Auftrag gegeben. Ja, Schreckensmeldung, der Strom wird wieder deutlich teurer, weil ja die Regierung leider es nicht hinbekommt, ihre Subventionen da zu streichen. Das wollen sie auch alles erst nächstes Jahr machen. Und deshalb wird wahrscheinlich der Strom hier durchschnittlich um 8,1 Prozent steigen. Ja, ich habe noch einen Vertrag festgelegt für das ganze Jahr. Boah, Glück gehabt, aber nächstes Jahr brauche ich einen neuen. Ja, wir haben damit den zweitteuersten Strompreis nach Dänemark. Ja, und Schreckensmeldung hier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben an der Grenze Dubai zwischen Abu Dhabi, haben die ein neues Ölfeld entdeckt, ein riesiges Gasfeld vielmehr, 2,2 Billionen Kubikmeter, das sie natürlich wieder ausbeuten wollen und damit wieder genau in die falsche Richtung entgegenwirken. Wobei ich immer der Meinung bin, dass diese Staaten genau wissen, was sie machen und was passiert. Und die haben nämlich noch was anderes, Sonne. Und ich glaube, die sind schon auf dem Weg. Wenn Erdöl nicht mehr funktioniert, oder in dem Maßen wie jetzt, dann haben die noch einen Second Source. Deshalb, da bin ich mal gespannt. Was haben wir hier in Deutschland? Wir haben den Becker Schüren. Und der hat jetzt tatsächlich hier am Kreuz Hilden wohl irgendwie es initiiert, dass Tesla dort einen riesigen Supercharger hinbaut mit 40 Stalls. Alles V3, jetzt erstmal eine erste Ausbaustufe V2. Und Fastnet kommt auch hin mit Überdachungen und alles. Und wahrscheinlich auch Tesla mit tollen Überdachungen und eine Launch und so weiter. Und die Launch, mehr oder weniger, betreibt dann eigentlich der Becker Schüren. Der Roland Schüren da, der hat ja schon seinen eigenen Ladeparkt da vor seiner Bäckerei. Und da macht er nochmal ganz groß in Seed and Greet, Seen und Ernten, Bäckerei mit Snacks und so weiter. Und auch so einem Büromäßigen Bau da noch, den man auch benutzen kann. Ein fünfstöckiges Bürogebäude soll da entstehen. Und auch ein Vertical Farming, also wo die Sachen auch angebaut werden sollen. Und dann kann man das wohl auch irgendwie mieten. Ich weiß nicht, ob da so ein Open Space oder sowas noch entstehen soll. Das ist auf jeden Fall der größte Supercharger der Europäischen Union. Soll da entstehen. Hier ist nochmal so ein bisschen der Plan, wie er sich das vorstellt. Es war mir jetzt nicht so ganz klar, ob er selber der Pächter ist, ob ihm selber das Gelände gehört. Das waren so ein bisschen widersprüchliche Meldungen. Ihr könnt es euch aber selber nochmal angucken. Ganz tolle Aktion. Auf jeden Fall ist er da maßgeblich dran beteiligt, dass das dort läuft. 15.2. ist da die erste Eröffnung. 15.15.15.15. Das ist irgendwie nächste Woche schon. Coole Geschichte. Super. Also das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Der richtige Weg ist vielleicht auch bei Total. Die machen nämlich die totale Ladestrategie. Ja, ob das dann nachher so schön aussieht, weiß ich nicht. Ich habe ja immer so die Hoffnung, wenn ein Hersteller, nein, ein Anbieter von bisherigen Ladetechnik in Bezug hier auf Tanken, Tankstellen, die haben immer Überdachungen gebaut, dass die dann hoffentlich auch, also hier bei Ladesäulen von Wasserstoff haben sie auch meistens Überdachungen, dass die dann aber hier bei Strom endlich mal auch Überdachungen machen. Total will da jetzt auch einsteigen, nach Shell und anderen, die ja auch schon angekündigt haben, an ihren normalen Tankstellen das zu machen. Und interessant, deshalb habe ich es hier reingenommen, Kirchheim Tech ist eine Stelle, wo sie das auch demnächst HPC Ladesäulen aufbauen wollen. Ja, erstmal sind das Autohöfe, das ist schon mal das erste Positive und nicht die blöden Raststätten an der Autobahn, die ja rechts und links dummerweise sind. Da musst du ja mal doppelt aufbauen, also was Ionity dummerweise jetzt macht. Und es gibt auch genau zum Ionity Netz dann nochmal das HPC Ladenetz, das muss man auch ganz klar wissen. In Ulm zum Beispiel gibt es ja auch einen HPC Lader und Fastnet gibt es ja auch noch. Es gibt ja nicht nur Ionity bei uns und dadurch kommt ja so ein bisschen der Wettbewerb dann hoffentlich auch bei den Preisen auf. Für mich auf jeden Fall interessant, weil es in Kirchheim Tech ist. Ich werde mal demnächst gucken, ob man da schon was sieht, wo das hingebaut werden soll. Vielleicht auch mal dort direkt bei dem Total Shop da Tank Truck Stop mal nachfragen. Ja, da ist ein großes Gelände, wo auch LKWs am Wochenende stehen. Ist bei mir nämlich genau dazwischen nochmal. Also wir haben jetzt einige hier, Grübingen, dann kommt Weilheim Tech. Ja, hier habe ich es doch, ne? Hier ist Weilheim Tech, also dahinter wäre Grübingen, dann ist hier Weilheim Tech, das ist Kirchheim und ein bisschen weiter ist dann Esslingen bzw. Denkendorf. Da habe ich einen zweiten Ionity und dann bei Stuttgart ja den Supercharger. An der Flughafen natürlich auch die ganzen Lader. Da bin ich auch jetzt übrigens öfter, weil das halbwegs zuverlässig ist. Die anderen, also mein Aldi ist total unzuverlässig geworden. Immer wenn es bewölkt ist, dann liefert der keinen Strom mehr. Ich habe ja nur so als Spaß gesagt, der liefert das nicht, wenn die Sonne nicht scheint. Aber das scheint so zu sein. Ich weiß gar nicht, sehr seltsam. Ja, es gibt was Neues am Supercharger in Leonberg. Da sind jetzt die Staubsauger in Betrieb. Ja, wir haben das nicht so richtig gerafft, was das für Teile sind. Also es gibt da Staubsauger. Die habe ich jetzt noch nicht in Betrieb gesehen, aber ich habe jetzt hier ein Video entdeckt von Peter. Das habe ich euch auch verlinkt. Guckt euch das mal an. Die haben nämlich hier oder sich sogar vorführen lassen von einem Kärcher-Kollegen, wie diese Mattenreinigung funktionieren soll. Die macht man da so rein und dann kommen die dann sauber raus. Irgendwie 1 Euro oder 2 Euro. Ich glaube 2 Euro die 6 Minuten. Das stimmt gar nicht hier. Also 6 Minuten läuft die Maschine und 2 Euro musst reinschmeißen. Ich glaube, das ist der Preis. Ja, nicht ganz günstig, aber okay. Ich muss mir das wirklich vor Ort mal angucken. Die Mattenreinigung ist jetzt nicht so mein Ding, aber Staubsauger fände ich jetzt mal cool. Aber immerhin cool, was man da jetzt alles machen kann. Ja, jetzt mal ein bisschen ernst dafür. Also die Engländer, Great Britain, Großbritannien sind aus der EU ausgetreten, der Brexit und man weiß nicht, wie das jetzt weiterläuft und Hängepartie. Und das kann zum Jahresende dann auch nochmal Ärger geben, wenn das nicht funktioniert. Ärger gab es auch bei Edeka, die haben Coca-Cola boykottiert. Warum? Ja, weil die wollten Rabatt haben. Edeka haben keinen gekriegt. Jetzt haben sie das Sortiment reduziert. Also nicht ganz rausgeschmissen. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Obwohl, da musste ich immer zwischen Pepsi und Cola ja entscheiden. Da war ja mal damals vor Ewigkeiten, war mal dieser Vergleich, wo die doch immer getrunken haben. Dann kam leider raus, dass Pepsi-Cola viel besser schmeckt als Coca-Cola. So habe ich es in Erinnerung. Erinnert ihr euch? Ja, also Ärger mit Coca-Cola bei Edeka. Ja, dann haben wir ja diesen Aktion hier von Airbus. Die hatte ich letzte Woche schon angedeutet, dass sie sich da mit Frankreich, Großbritannien und USA einigen wollten über eine Strafzahlung, weil sie da irgendwie unerlaubte Absprachen gemacht haben. Haben mich jetzt ganz schnell so einen Kompromiss ausgehandelt, wo sie 3,6 Milliarden zahlen. Kommt ganz klein immer nur in der Presse. Natürlich im Fernsehen gar nicht. Oder ich habe es nicht gesehen. Ja, Airbus ist ja gerade eigentlich gegen Boeing so im Aufwind. Boeing hat ja Schwierigkeiten technischer Natur. Deshalb hat Airbus jetzt hiermit, wollten die nicht und haben das ganz schnell abgebogen. Okay, auch eine Idee. Ja, ansonsten hier Blackberry. Das ist eine Meldung hier unten im Eck. So sehen die Teile aus. Kennt ihr bestimmt die iPhones, sage ich immer. Oder die Smartphones, die nicht smart sind, die nämlich noch eine Tastatur dran haben. Die waren mal vor ewigen Zeiten total in und jeder, auch jede Firma hatte die, weil die als sicher galten. Ich glaube, die Bundeskanzlerin hat auch lange einen Blackberry gehabt. Und jetzt Ende August wird das vom Markt komplett verschwinden. Die Blackberries sind aufgekauft worden von so einem Chinesen, TCL, und der wird jetzt das einstellen. Ja, die Erinnerung war hier tatsächlich, man toucht nicht auf dem Bildschirm, sondern auf einer Tastatur. Die Tastatur ist nicht virtuell, sondern real. Man konnte die auch teilweise rausziehen und reinstecken, reinschieben. Das war lange Zeit mal so total in, bis dann diese Stylus-Geschichten kamen und dann halt auch das iPhone. Und jetzt ist das total, also nur noch alles auf Touch. Wobei ich immer denke, ich habe im Moment gerade wieder Schwierigkeiten mit dem Touchen. Mein iPhone hat irgendwie total sich falsch angelernt, nimmt immer die falsche Taste. Das war natürlich haptisch ein ganz anderes Feedback. Wir versuchen das jetzt verzweifelt. Ihr habt das vorhin gesehen bei dem Patent da von Tesla. So mit haptischem Feedback diese virtuellen Tasten dann irgendwie zu belegen. Ich habe das auch schon mal irgendwo in einem Auto gesehen, dass du so drückst auf den Touchscreen und der dann so ruckelt. Also so ein Feedback gibt. Okay. Ja, womit kann man jetzt noch Geld verdienen? Bevorzugten Anlagenobjekte letzten Jahres waren tatsächlich Fonds und dann so Sparkonten oder so ein Sparplan. Das wundert mich noch. Dann auch Aktien, Tagesgeld, Immobilien, Festgeld, Gold. Gold hätte ich weiter vorne gesehen. Und dann festverzinsliche Wertpapiere. Ja gut. Und Bitcoins erst hier unten, Kryptowährung, Fonds, das kann ich auch so sehen. Sparplan, der ja meistens wahrscheinlich auf Fonds oder Aktien läuft. Das ist noch das, wo man irgendwie Geld verdienen kann. Das sind aber jetzt bevorzugte Anlagenprodukte. Das heißt, kann auch sein, dass die Leute dann damit gar kein Geld verdient haben. Ja, Geld verdienen. Wie verdient man mehr Geld? Man entlässt die Mitarbeiter und das kriegt man auch hin, wenn man denen eine schöne Abfindung gibt. Er ist bei vielen, vielen Firmen gerade ganz groß im Rennen. Vor allem die älteren Mitarbeiter im Vorruhestand. Daimler hatte vor einiger Zeit mal veröffentlicht, dass sie ihr ganzes mittleres Management irgendwie loswerden wollen. Da kommen jetzt wohl die ersten Gespräche, die ersten Ideen. Wir hatten es letzte Woche auch schon von Bosch gehört mit horrenden Summen. Die kriegt man natürlich nicht immer. Und wie gesagt, viele andere Firmen sind auf dem Level auch unterwegs. Okay, du kriegst ein Angebot, kannst es ablehnen oder annehmen. Immerhin hast du eine Chance, das ist auf jeden Fall besser, als einfach entlassen zu werden. Ja, Amazon steigert auf jeden Fall wahnsinnig den Gewinn. Im vierten Quartal jetzt nochmal um rund 8%. Und die Erlöse wuchsen sogar um 21%. Coca-Cola hat Mordszuwachs, Coca-Cola hatten wir hier drüben, mit Zero Sugar gemacht. Also dem ohne Zucker und, nee, das ist dann aber nicht ohne Kalorien. Es gibt ohne Kalorien und es gibt ohne Zucker. Ja, haben auf jeden Fall da unerwartet 16% mehr Gewinn gemacht. Gewinn sogar 19%, Umsatz um 16% Wahnsinn. Ja, andere haben hier total Probleme. Thyssen, Managementversagen, Führungschaos müssen jetzt die Aufzugsspalte, Sparte, Spalte. Die Aufzugssparte aus dem Konzern lösen, verkaufen. Ja, für die kriegt man sehr viel Geld. Das ist der Aufzugstestturm in Rottweil. Wenn man da zum Supercharger fährt, sieht man den. Man muss ein bisschen weiter fahren Richtung Bodensee, dann sieht man den. Man kann den besichtigen. Oben ist ein schönes Restaurant so drin. Ich habe den mal im Bau besichtigt, danach war ich leider nicht mehr da. Ja, schade, Thyssen. Ich habe gedacht, es wäre genau andersrum. Ihr würdet von dem Stahl, weil die wollen jetzt wieder Stahl machen, weg und her zu Aufzügen hin. Weil die haben auch so horizontale Aufzüge und sowas. Das ist ja jetzt vertikal. Das gibt die aber auch als horizontal und so. Das ist da alles in diesem Turm drin. Ja, schade, schade. Ja, ist halt eine einzige Möglichkeit, jetzt irgendwie aus dem Dilemma da rauszukommen. Siemens genau dasselbe. Die wollen die Medizintechnik womöglich irgendwie abstoßen. Das war mir jetzt nicht so ganz klar. Siemens hat eh Ärger gekriegt, kommt nachher noch. Ja, ansonsten, was war denn eigentlich noch? Der Super Bowl mit den sauteuren Werbungen. Es gab vier Werbungen, oder mir sind vier bekannt. Hier von Audi, von Hammer, von Porsche und hier nochmal von Ford. Ja, ganz toll. Und alle waren begeistert. Und hier Prominente ohne Ende und auch ein paar Spieler. Aber das stimmt nicht ganz. Man hat dann die Spieler auch gefragt, die Basketballspieler. Was würdet ihr denn gern fahren? Ja, wir würden gerne so ein Monster Truck hier fahren von Tesla. Wahnsinn, das haben sie da im Fernsehen gesagt, während diese sauteuren Werbespots liefen oder in irgendwelchen Talkshows. Tesla hat keinen Pfennig, keinen Cent, keinen Dollar ausgegeben für die Werbung. Alles wieder kostenfrei. Super. Ja, wer eigentlich mal richtig Werbung machen sollte, ist BMW. Allego hat jetzt irgendwie gesagt, sie würden mit dem BMW iX3 irgendwas machen. Das ist dieses Teil. Das sieht so ähnlich aus wie der EQC, sage ich immer. Das ist dieses bollige Teil. Also ich finde den 3er-X-Modell nicht gut. Das 2er-X-Modell geht. Aber das 3er-X-Modell ist einfach so wie wieder vor die Wand gefahren. Aber es sind halt diese Autos, die man ganz toll jetzt verkaufen kann, vor allem auch in China, wenn sie einem gefallen. Okay, mir gefällt es halt einfach nicht. Ich habe mit dem iX3 echt Schwierigkeiten. Tolle Werte hier. Aber ich finde nichts zu dem. Ich kann den nirgendwo reservieren. Das ist alles uralt. Hier guckt man, 2918. Auf der Seite von BMW ist nur so, das ist ein Prototyp zu finden. Und eigentlich soll das Ding demnächst verkauft werden. Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Ich habe da keine ordentliche Quelle, wie ich an das Auto rankommen soll. Soll das wirklich demnächst verkauft werden? Soll ich demnächst da Ende des Jahres nicht in München das Werk umgebaut werden extra dafür? Dann müsste aber auch mal langsam jetzt in Gang kommen. Ansonsten sind die Werte, hören sich interessant an. Preis nicht. Nee. Aber die Werte hören sich interessant an. Gucken wir mal, was sonst so passiert hier. Ja, wir stehen normalerweise im Stau. Also jeder, der meine Videos anguckt, vor allem meine Fahrvideos zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause, also zur Arbeit hin, ist das Schlimmste. 30 Kilometer in 30 Minuten, das ist normal bei mir, wenn nichts los ist. Aber ich kann bis zu einer Stunde unterwegs sein. Die sagen hier 30 Prozent länger. Ja, 30 Prozent länger kann ich unterschreiben. In den meisten Fällen fahre ich 45 Minuten, kommt gerade so hin. Das ist sogar mehr als 30. Ja, wir stehen mehr im Stau, als dass wir fahren. Ich muss mich ja auch jedes Mal überlegen, stehe ich auf der Autobahn im Stau, bin aber dann doch in einer angemessenen Zeit da oder fahre ich auf der Nebenstrecke länger? Langsam. Mit dem Tesla hast du da wenig Probleme, weil der einfach im Stau sehr gut mit dem Autopiloten fährt. Na gut, was haben wir denn noch? Obli, Obli verlässt Deutschland. Ja, Obli ist ein Carsharing-Anbieter, der in München 510 Fahrzeuge hatte, auch in Hamburg und Berlin noch irgendwie was. Nee, zusammengerechnet und unbedingt ungefähr 60.000 registrierte Kunden. Ob die jemals gefahren sind, weiß man nicht. Da ist eine Finanzierung geplatzt und jetzt verlassen sie Deutschland. Nee, Leute, nicht wegen der Finanzierung, wegen dem bescheuerten Namen. Obli, Obli, Oblö, keine Ahnung, wie das heißen soll. Na gut, egal. Daimler stellt die X-Klasse ein. Die X-Klasse sieht so aus. Ich bin neulich bei meinem Daimler-Händler vorbeigefahren. Da standen Tausende von diesen Dingern auf dem Second-Hand-Markt, sozusagen auf dem Gebrauchtwarenmarkt. Das ist ein Pick-Up-Modell. Das wird seit 2017 gebaut. In Deutschland hat das natürlich auch kaum eine Verbreitung, denke ich mal. Okay, das ist nicht so der Markt. Aber in den USA dachte ich, okay, das wäre jetzt das Cybertruck-Gegner. Also Daimler gibt da mal schon auf. Ja, hier eine positive Meldung. VW zahlt Bußgeld für ihre Dieselsünden. Leider in Chile und nicht in Deutschland. Also in Chile gibt es scheinbar 4.900 Diesel-Kunden. Und die werden jetzt entschädigt. Bin mir nicht ganz sicher. Es ist irgendwie ausgehandelt worden mit so einer Verbraucherorganisation. Und irgendwie kriegt den meisten Teil, kriegt die katholische Kirche für irgendeine Wohlfahrtsorganisation. Ist mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Kunden wirklich was kriegen oder nur die Kirche oder beide. Auf jeden Fall läuft das dort. Und in Deutschland geht es natürlich wieder nicht. Ja, also wundert mich eigentlich, weil Chile ist jetzt nicht das Land, also nicht wie USA, wo man jetzt was machen müsste. Vielleicht ist nur wegen den paar Leutchen hier, den Pille-Palle-Leuten da. Bei uns sind es ja viel mehr. Ja, okay. Was haben wir denn noch so hier? Siemens, genau Siemens. Die Woche war die Siemens-Pressekonferenz. Ich hatte es auch schon mal gebracht. Man hatte ja da auch den Fridays-for-Future-Aktivisten, der einen Aktivistin, nachher so einen Sitz im Aufsichtsrat sogar angeboten. Sie hat es ja Gott sei Dank sofort abgelehnt. Nicht wie der Kollege, der den Ministerpräsidenten jetzt spielt da. Okay. Und der Kollege Käser ist echt angekäst, weil eigentlich wollte er da die ganz tollen Sachen erzählen, was die man jetzt in der Zukunft machen will und klimaneutral und so weiter. Und jetzt haben Sie diesen einen Auftrag, der ja echt nur Pille-Palle ist und um den ging es die ganze Zeit. Ich meine, Sie konnten sich nicht dazu durchringen, das jetzt zu stornieren und praktisch Ihren Auftrag nicht zu erfüllen. Sie hatten da Angst, das kostet dann ziemlich viel an Strafe, obwohl es ein Pille-Palle-Auftrag ist. Ziehen das jetzt durch, diese blöde Signalanlagen-Technik da für irgendwelche Züge, die dann nachher irgendwelche Kohle transportieren. Das ist also auch ziemlich weit hergeholt, aber es ist halt so ein Grundsatzding. Und daran haben sich jetzt die Protestierenden da an der Pressekonferenz, nee, vor der Aktionärskonferenz auf jeden Fall da, das Ganze so komplett ins Wanken gebracht. Ja, liebe Großunternehmen, ihr könnt einfach nicht das machen, was ihr da wollt. Ich bin deshalb auch mal gespannt, wie jetzt Tesla noch reagiert auf diese Vorwürfe mit dem immensen Wasserverbrauch. Elon Musk hat ja kurz gesagt, das waren Spitzenzeiten, also in Spitzenzeiten würde das passieren. Das ist aber ein Wasserschutzgebiet, er muss jetzt trotzdem irgendwie nochmal was aktiver da, glaube ich, tun. Ich hoffe, Tesla hat das besser im Griff als so ein Siemens. Bin jetzt echt mal gespannt, in Grünheide ist das ja, Tesla Berlin, wie sie da mit den Umweltschutzauflagen dann zurechtkommen und mit den Umweltschützern, mit den Umweltaktivisten da irgendwie ins Gespräch kommen. Da bin ich echt noch interessant, ob die das besser hinkriegen. Die Deutsche Post DHL musste auf jeden Fall jetzt ihre Paketpreise zurücknehmen. Die haben es versucht, überhöhte Preise in den Umlauf zu bringen. Die laufen jetzt auch, das ist das Doofe. Bundesnetzagentur hat das aber gesagt, das ist so, ihr dürft nur zum Selbstkostenpreis das machen, müssen sie die Preise wieder zurückschrauben. Du kriegst natürlich jetzt keine Entschädigung dafür, wenn du jetzt im Moment den höheren Preis zahlen musst, weil man das nämlich von heute auf morgen aus den elektronischen Systemen so nicht rauskriegt. Ey Leute, wozu habt ihr dann die elektronischen Systeme, dass ihr das von heute auf morgen nicht rauskriegt? Ich bin selber Informatiker, also das ist wirklich Schwachsinn. Ich weiß, ich kenne auch Leute, Systeme wie SAP und so, das ist tatsächlich nicht so einfach, weil der Preis ist nicht an einer Stelle gespeichert, sondern leider an zehn Stellen. Das ist aber dann eigentlich ein schlechtes System. Also normalerweise muss das gehen, aber okay. Ja, was auf jeden Fall passiert ist, wir haben tatsächlich Erfolg. Also der CO2-Ausstoß ist tatsächlich zurückgegangen. Ja, und so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr. Ich hoffe jetzt, man sagt auch, das ist wegen Abschalten von Kraftwerken und Kohlestromrückgang und so weiter. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, ja, da müssen wir ja nicht mehr weitermachen, dann brauchen wir auch keine E-Autos mehr und so weiter und so fort. Nee, auf dem Weg bleiben, Leute, auf dem Weg bleiben. Was haben wir sonst so? Sony hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ich weiß nicht, womit die ihren Wahnsinnsgewinn machen wollen dieses Jahr. Neue Playstation vermutlich. Also die haben das angehoben. BP hat deutlich weniger verdient letztes Jahr. Also haben nur 4 Milliarden verdient anstelle von 9. Okay, Alphabet, das ist jetzt, also die verkaufen ja was, Öl oder so ein Zeugs. Und Alphabet hat jetzt eigentlich nur, also Google und so und Co. hat halt nur virtuelle Waren, 17% mehr. Ist aber der schwächste Wachstum seit 5 Jahren. Und Quartalsgewinn ist jetzt, stieg allerdings auf 10 Milliarden Quartal. Das hier ist Quartal, 10 Milliarden im Quartal. Und das hier ist der Gewinn fürs ganze Jahr bei BP. Ist schon ein Wahnsinn, was da Unterschied ist. Also virtuelle Waren laufen einfach besser. Ja, in der realen Welt müssen wir jetzt endlich mal aufs Plastikverbot warten. Ja, kommt demnächst, ist wieder gefordert worden. Ich denke, das wird auch irgendwann kommen, das Plastikverbot. So Leute, und jetzt wirklich mal ernsthaft. Alle Model 3 Besitzer bitte aufpassen. Der Dino Mode. Und es wird im Internet gerade wahnsinnig viel drüber geschrieben. Vor allem YouTube auch detailliert erklärt, wie das geht, was das ist. Und deshalb eine ganz große Warnung. Ich meine, Björn Nüland hat es auch schon geschrieben. Viele schreiben es. Bitte nicht ausprobieren. Also so Leute wie Dragtime, meinetwegen oder was weiß ich. Guckt euch so ein Video an, aber bitte nicht selber ausprobieren. Das ist so ein Modus. Das ist ein geheimer Modus. Ich finde es auch doof, dass es das drin ist. Ich hoffe, das kommt jetzt raus auch, weil der ist echt gefährlich. Der schaltet nämlich die Traktionskontrolle aus, die Stabilitätskontrolle und das Automatische Emergency Brake System. Alles wird abgeschaltet. Das ist also nicht bloß so ein Track Mode oder so ein Anfahren im Winter Modus. Nee, das ist, du schaltest alle Sicherheitssysteme aus und kriegst praktisch das nackte Auto. Ja, also viele Autos, viele Rennwagen vor allem, verhalten sich so. Deshalb wollen das wohl auch viele einschalten. Mal gucken, wie mein Auto sich als Rennwagen fühlt. Ihr wisst ja, wie viel PS zum Model 3 hat, also Performance und auch die normalen. Die haben ja wahnsinnig Performance eigentlich drauf und die kriegst du jetzt ungebremst auf die Straße. Das heißt, du kriegst durchdrehende Räder hin. Du hast keine Traktion mehr und was nicht alles. Das Auto schlittert dir hin und her. Das ist für einen Prüfstand gedacht. Und deshalb ist das auch doof, dass man das so einfach einschalten kann. Ja, einfach geht es nicht, aber mit einem Trick geht es. Und das ist echt gefährlich. Und in den Videos sieht man auch, wie die Leute in Straßengraben fahren, fast sich drehen oder irgendwas damit machen. Das sind aber teilweise die Leute, die in Straßengraben landen, natürlich nicht. Die anderen sind echt Profis. Da muss man echt aufpassen. Ja, also Warnung von diesem Dino-Mode. Don't use. Was haben wir denn noch so? Ja, Warnung vor den Fake News. Ganze Fake Videos gibt es ja von einer Videoplattform Deepfake. Oder es ist so ein Programm eigentlich, wo man so Gesichter austauschen kann und was nicht alles. Und das ist natürlich, das soll entweder verboten werden oder muss kenntlich gemacht werden. Und zwar, Twitter sagt jetzt hier, ab dem 5. März wird das gelten. Ich hoffe, die anderen ziehen da auch nach. Man wird sowas nicht verhindern können. Es wird es immer geben. Ich war auch erstaunt, wie gut diese Sachen inzwischen funktionieren. Auch wenn du heutzutage irgendwelche Filme anguckst. Das habe ich neulich angeguckt. König der Löwen. Und das war sowas von lebensecht. Also man kriegt schon langsam Angst. Also da muss der Trump gar nicht mehr seine Kontrahenten da verunglimpfen. Da kann er das einfach so in Auftrag geben. Ja, SAP ist die wertvollste Marke hier bei uns im Lande. Ein Börsenwert von 46 Milliarden Euro. Das ist natürlich Pille-Palle gegen Tesla oder sowas. Danach kommt die Deutsche Telekom, dann Mercedes-Benz und dann kommen die anderen auch alle irgendwie so. SAP. Ja, viele glauben gar nicht, dass das eine deutsche Firma ist. Iweco macht in Ulm, bauen die jetzt eh Laster. Und zwar entweder mit Batterie- oder Brennstoffzellen. Und ich kann mich noch ein super Zeichen natürlich hier für die Region. Auch Baden-Württemberg ist natürlich cool. Also Ulm und Neu-Ulm. Also müsst ihr mal wissen, Ulm ist noch Baden-Württemberg. Neu-Ulm ist Bayern. Ist in Ulm. Ich war dort, weil dort war nämlich die Vorführung, die zweite Vorführung hier von Sono Motors im Stuttgarter Raum sozusagen. Und die waren dort auf dem Parkplatz von Iweco. Und ich habe damals nämlich schon mit dem Manager dort gesprochen, vor Ort an dem Standort. Habe gesagt, hey, wollt ihr nicht auch was mit Elektromobilität machen für Laster und so? Da war noch gar nicht der Semi-Truck raus. Und da sagten die, ja, wir haben da was in Vorbereitung. Und das ist jetzt das. Das machen die jetzt. Ist ja cool. Ja, China hat jetzt einfach mal eingelenkt und gesagt, wir halbieren die Strafzölle und kommt damit den USA entgegen oder brüskiert im Grunde Trump. Ja, ich denke, China wird auch für Europa der nächste Handelspartner dieses Jahr, die Folgejahre, auch vor allem, wenn Trump wieder gewählt wird. Ja, ich möchte deshalb China auch gar nicht so negativ sehen. Man muss vorsichtig sein mit den Chinesen vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Mal schauen. Ja, vorsichtig sein. Ja, Stuttgart, Landeshauptstadt steht hier bloß. In Stuttgart haben wir wieder Feinstaubalarm bekommen und Komforttermine bitte nicht einschalten und so weiter. Und die Messstelle am Neckartor haben wir weiterhin. Wir haben wieder eine Überschreitung. Aber das hat ein Ende. Ich habe schon mal gesagt, am 15. April diesen Jahres wird die ganze Chose abgeschaltet. Ich hoffe, Sie messen weiter den Feinstaub und bauen auch die Messstellen weiter aus und überwachen das und nehmen das vielleicht auch wieder in Betrieb oder den Feinstaubalarm wieder, wenn die Werte wieder erhöht sind. Vorhin habe ich schon gesagt, die Werte sind jetzt generell besser geworden, scheinbar auch beim Feinstaub, nicht bloß beim CO2. Das heißt aber nicht, dass man auf das ganze Zeug verzichten kann, auf die Messungen. Also Vorsicht, Leute. Sonst kommen wieder irgendwelche privaten Messstationsleiter, die dann euch da und so weiter. Ja, die Frage ist, muss man eigentlich noch so viel Papier produzieren in Form von Katalogen? Das sind wohl jetzt so die letzten, die noch nicht digital sind. Zeitungen und Kataloge, nicht mehr zeitgemäß. Einige haben es schon abgestellt. Weißt gar nicht, Otto-Versand war, glaube ich, das letzte, was ich gehört habe, Neckarmann und Co. Ich weiß nicht, wir haben nicht so viel Kataloge. Ich habe es noch neulich bei irgendeinem Bekleidungs-Dings, diese nicht davon abzubringen, immer die Kataloge zu versticken. Vor allem habe ich gemerkt für so das ältere Publikum. Die haben noch gern Kataloge und bestellen auch noch mit der Karte ohne Internet. Und da hast du auch noch auf Rechnung und was nicht alles. Also, da läuft aber irgendwas. Auch hier die Museen kriegen Geld, dass sie keinen Katalog mehr machen. Das ist nämlich auch so ein Problem für Museen und Galerien. Hier steht das nämlich auch extra, ja, da kriegt man jetzt Geld, wenn man das nicht mehr, irgendwie, wenn man das digital macht. Ja, also es geht auch digitale Medien. Wenn irgendjemand mal sagt, hey, dieses Museum hat einen ganz tollen Digitalauftritt, bitte schickt mir da mal einen Link. Ich habe neulich mal auf dem Daimler-Benz-Museum rumgeklickt, weil die gesagt hätten, sie hätten eine virtuelle Show, virtuelle Rundgang, aber die haben bloß Bilder gehabt. Also, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Na gut, wenn ihr irgendwie sowas Interaktives, so mit 3D und Virtual Reality oder so habt, irgendein Beispiel, schickt mir mal einen Link. Dankeschön. Ja, Disney. Disney hat jetzt einen Streaming-Dienst gemacht, der heißt Disney Plus. Ja, wie toll der Name. Hat sofort 28,6 Millionen Kunden. Na ja, es haben 28,6 Millionen Leute sich registriert. Das Ding kostet ja Geld, ne. Aber es hat auf jeden Fall die Erwartungen übertroffen. Registrieren tun sich viele, aber vermutlich nicht lang bezahlen, sondern Probe-Monat und dann weg damit, ne. Also ich habe schon gar keinen Überblick mehr. Disney habe ich jetzt gar nicht angeguckt. Neulich hat mir eine Kollegin gesagt, dass jetzt ja bei Apple gibt es jetzt auch einen neuen Streaming-Dienst. Die hätten ganz tolle Sachen drin. Ich bin halt immer nur bei Amazon und das zahle ich nicht mal richtig, sondern nur, es ist in dem Prime-Paket drin. Na schön. Also das summiert sich ja wahnsinnig, ne. Im Monat, was du dann für sowas ausgibst. Da weiß ich nicht, ob es das wirklich lohnt. Beim Bon wissen wir das ja auch nicht mit der Bonpflicht. Ich sehe das jetzt schon in meiner Bäckerei. Es ist so, wollen Sie den Bon? Und dann sage ich nein und dann pinnt sie den da auf so einen Stapel drauf und fotografiert den wahrscheinlich jeden Abend. Und man sieht selber, wie der Stapel den über den Tag so wächst. Ich hoffe, dass es da noch eine digitale Lösung gibt, weil sonst produziert es tatsächlich nur Abfall. Ja, übrigens hier bei Zeitungen ja auch, habe ich gerade überlegt. Ich gucke da einmal morgens kurz rein, suche meine Sachen hier raus und dann gucke ich es auch nicht mehr an und schmeiße es weg. Man könnte da drin aber noch einen Fisch einwickeln. Ja, die Tageszeitung hat immerhin noch einen Sinn. Gut, Conti baut übrigens ein Werk in den USA, also es ist immer Local for Local, heißt das ja. Conti als deutscher, deutsches Firma, oder? Ja, baut jetzt für Assistenzsysteme und Radarsensoren in Texas was. Ah, wer will noch in Texas bauen? Elon Musk hat auch angekündigt, eine Gigafactory in Texas zu bauen. Trump hat es scheinbar vorher gewusst. Also Tesla baut auch und Conti. Ja, muss man auch, damit man nämlich hier oben Handelsstreit, diese Zölle vermeiden kann. Wenn man das Lokal dort macht, dann ist das kein Problem. Jo, das war es eigentlich so von meinen Meldungen. Was habe ich so sonst die ganze Woche gemacht? Ich bin ja immer noch auf dem Weg mit dem Standard Range Plus von die Mobilisten.de. Das schöne blaue Auto, also die Farbe gefällt mir super. Und ich bin immer noch am Rauskriegen im Winter, was das für eine Reichweite hat. Und ich bin der Meinung, es hat 250 km Praxisreichweite im Winter. Das sind dann leider 20 Kilowattstunden auf 100 km, so all-in-klusiv. Also auch wenn man Standverbräuche und sonst was reinrechnet. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall nochmal ein Video bringen über einen Langzeittest. Also nicht Langzeit, Langstreckentest. Meine tägliche Fahrpraxis 60 km am Tag bringt auf jeden Fall 250 km. Von 100% auf 5%. Das macht man natürlich auch nicht. Ist natürlich weit entfernt von den Werten, die hier WLTP, EPA oder sogar geladene Anzeige im Auto ist. Das ist ein bisschen schade. Im Sommer, wie gesagt, sieht es anders aus. Im Hochsommer auch nicht, wenn es zu warm ist. Dann musst du ja wieder Klimaanlage einschalten. Also nur in dem Bereich, wo du weder kühlen noch heizen musst. Da funktioniert das mit den 14. Und hier habe ich jetzt tatsächlich auch rausbekommen, der Strich im Auto, die eigene Kalkulation und auch die Umrechnung ist tatsächlich basiert auf 14 kWh auf 100 km bei einem dann 52 kWh Akku. Meiner hat jetzt eine 50, irgendwas nutzbar. Ich weiß das ja jetzt. Ich kann ja auch wie Owe jetzt den Akku auslesen. Okay. Ja, was habe ich denn so gemacht? Letztes Mal habe ich euch ja das schon gezeigt mit dem Ladevideo. Da habe ich das ja zum ersten Mal so ausgerechnet, wie viel Verlust wir da so haben und wie viel ich da so reinkriege. Übrigens auch der Abstand hier zwischen den beiden Anzeigen im Auto. Das Auto ja selber anzeigt, wenn ihm zu kalt ist. Das ist die da gewesen. Und wenn er dann wieder warm ist, macht er das hier. Das sind so maximal 5% vom Akku zieht er da ab. Ja, sieht er hier so ein bisschen. Ja, also hier waren es jetzt weniger. Ich habe da mehr oder weniger Anzeige. Ich glaube, es ist nicht immer derselbe Wert, der da so ist. Hätte eigentlich gedacht, aber meine Beobachtung war jetzt, manchmal hat er da 3% gehabt, manchmal aber auch mehr. Es ist die Schneeflocken-Anzeige. Ich habe auf jeden Fall noch mal einen anderen Test gemacht die Woche, wenn ich nämlich täglich vorklimatisiere. Ich hatte ja mit dem anderen, mit dem Longbench, hatte ich ja mal den Test gemacht, wenn ich täglich wieder auflade. Das habe ich jetzt mit dem noch nicht gemacht, sondern ich habe jetzt nur vorklimatisiert. Ich will nicht laden, aber ich will, dass er morgens mir aufheizt und zwar über 230 Volt angesteckt. Habe ich also ausprobiert und ihr seht, es hat super funktioniert. Und pro Tag halt hier 20 Cent, das ist super. Im Monat dann vielleicht so 6, 6,5 Euro, unter 10 Euro im Monat. Das kann man mitnehmen. Ist ein bisschen schwierig, weil man das Limit plus auf 50% einstellen kann. Ist also nicht richtig praktikabel. Deshalb habe ich gesagt, ich muss noch mal gucken, wenn ich das jetzt von Hand auftaue, also zweites Video, wenn man nur ansteckt zum Auftauen, also von Hand einschaltet, so jetzt tau auf und tatsächlich zieht er dann auch den Strom aus dem Ladeadapter. Das macht er natürlich auch bei einer Wallbox. Ja, ich habe ihm im Grunde gesagt, nicht aufladen oder erst irgendwann später um 12 Uhr. Und dann zieht er aber trotzdem zum Heizen, zumindest jetzt hier entfrosten, das ganze Zeugs. Das macht er. Heckscheibe macht er auch. Was er nicht macht, ist die Sitzheizung. Das ist auch ein bisschen Pille-Palle. Das funktioniert und das funktioniert auch mit dem 230-Volt-Adapter. Also bei mir macht es jetzt minus 5 Grad. Also gute Erkenntnis für die Leute, die sagen, ich möchte nicht, dass er jedes Mal an meiner Batterie nuckelt. Weil sonst würde er ja von der Batterie runterziehen. Habe ich heute Morgen übrigens mal kurz für euch probiert, weil das einige gefragt haben. Ich habe tatsächlich so ein halbes Kilowatt gebraucht, bis er gut entfrostet war. Ist nicht viel, aber wenn du es jeden Tag machst, ist ein bisschen doof. Also eigentlich verbraucht das Auto beim Entfrosten nicht so viel Strom. Also es sind halt keine 5% Akku oder sowas. Das ist es nicht. Gut, das mal dazu. Das guckt ihr aber bitte in meinen Videos. Ja, wir sind jetzt hier so am Ende vom ersten Block. Kurz mal eine Werbeeinlage. Und ich fahre das hier raus. Geht nicht. Doch. Ja, jetzt kommen noch ein bisschen die Aktie. Letzte Woche Wahnsinnsanstieg. So, wein, um 12%. Und das war der Earnings Call. Und die Woche ging es gerade so weiter. Noch Nachwirkungen vom Earnings Call. Ja, und dann ist leider etwas passiert. Die ganze Skalierung ist übrigens durcheinander jetzt gekommen. Hier wartet mal maximal bei 600. Jetzt sind wir bei 800. Wir haben auf jeden Fall nochmal 14%. Also hier hatten wir ja 12%. Jetzt nochmal 14%. Also Wahnsinn. Und dann ging es runter mal kurz. Was ist passiert? Ich glaube Saudi-Arabien. Die haben hier ziemlich viel verkauft. Auch hier. Ich hatte auch noch eine Option drin. Die hat es hier ausgelöst dann. Aber satt guten, satt einen Gewinn gemacht. Und jetzt ging es schon ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so weiter geht. Ob das jetzt wirklich der Höhepunkt war. Wir scrollen ein bisschen raus. Weil eigentlich könnte man denken, es läuft dann doch noch so weiter. Das war so ein kleiner Peak noch. Aber es läuft dann weiter nach oben. Aber Leute, es kann nicht weiter nach oben laufen. Guckt euch das mal an. Wohin soll es denn laufen? Also meine ganzen Huppel sind total weg. Also ich habe ja das mühevoll die letzten Monate hier immer versucht, irgendwie so zu registrieren, was da was ist. Das ist jetzt einfach logarithmisch geworden. Guckt euch das hier an. Das ist ein total logarithmischer Verlauf. Also wenn du das jetzt so siehst, dann würdest du denken, Tesla ist eigentlich ziemlich linear unterwegs. Aber guckt euch die Dimensionen hier an. Und auch hier drüben. Das schwankt ja um wahnsinnige Dimensionen. Also das muss unbedingt wieder auf einem normalen Level. Ich glaube nicht, dass man mit so einer Aktie also irgendwie noch vonstatten kommt. Wenn die jetzt da, die muss jetzt mal irgendwie auf eine Horizontale wiederkommen irgendwie. Jetzt einsteigen ist sehr, sehr gefährlich. Wo es kurz immer möglich ist. Man muss dann natürlich ein bisschen auf Risiko sein. Aber wer war dabei? Wer ist seit hier dabei? Ja, schon 300%. Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall die Aktie im Portfolio. Letzte Woche sah es ja nicht so gut aus. 50-50. Wir hatten genau in der Mitte, glaube ich, hier unsere Unterteilung. Selbst der DAX ist ja ins Minus gerutscht letzte Woche noch. Und wir waren nur bei 1700 im Plus. Nicht mal 2%. Na gut, wir haben auch gerade erst angefangen. Es sieht die Woche ganz anders aus. Wir sind mit 7% im Plus. Und wir haben nur 3 Loser. Nämlich Volkswagen, Daimler und Varta. Varta ist echt schade. Dümpelt weiterhin da unten rum. Daimler in den Keller gegangen. Und Volkswagen auch leicht in den Keller gegangen. Der DAX ist wieder drüber. Toyota gut nach vorne gekommen. Sieht man auch hier an dem Peak. Um 2%. Aber natürlich Tesla ist jetzt seit Jahresanfang um 74% im Plus. Und auch Wirecard mit 24%. Ich hoffe, die kommen nochmal zurück. Da habe ich auch noch Restbestände. Und BYD, ja, ist auch jetzt um 17% gekommen. Zum ersten Mal wieder. Muss man auch beobachten. Und wie gesagt, bin eigentlich mal jetzt auch gespannt, wie sich der Dow Jones, der DAX und auch mein Endlos-Zertifikat autonomes Fahren denn so schlagen mit den anderen. Ja, und Toyota. Da bin ich auch der Meinung, Toyota kommt irgendwann ganz massiv. Fanseite. Mein Pointer hier ist aber nicht so arg toll. Ja, Fanseite. Vielen Dank für die, die meinen Kanal hier direkt unterstützen. Vor allem noch die Patreon-Leute. Die sind immer noch dabei. Ich habe jetzt noch 60 Patreons. Vielen, vielen Dank. Das ist eine regelmäßige Spende, die ihr da einstellen könnt. 1 Euro oder 1 Dollar oder 2 Dollar oder sowas. Ich sage immer, 1 Euro kostet eigentlich hier die schrägen News. angucken im Monat. Das ist wenig. Ich könnte auch sagen, für jede Ausgabe. Naja, also ist eigentlich total wenig. Und wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr gerne auch über PayPal was einstellen. Einmalig für das ganze Jahr meinetwegen. Wäre schön, wenn ihr mich da unterstützen würde. Es gibt leider einige Unkosten, die noch nicht richtig gedeckt werden. Ja, mein Tracker ist tot. Da gehen wir jetzt drüber. Den höre ich jetzt auf. Und sonst, wie ist mein Plan hier? Ja, wir sind im Februar. Ganze Februar fahren wir noch das Standard Range Plus. Machen dann noch ein paar Tests. Ha, interessanter Test jetzt übrigens am Wochenende, beziehungsweise genau heute. Ja, das seht ihr dann nächste Woche oder übernächste Woche. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben zwar was geplant, ist aber noch nicht ganz final. Irgendwie hat Tesla gerade Lieferschwierigkeiten. Deshalb, wenn ihr noch eine Idee habt, meldet euch gerne. Hier seht ihr da die Konditionen so ein bisschen. Vor allem dann Mitte des Jahres ist es auf jeden Fall noch offen, wie es da läuft. Ich hätte gerne einen ID.3 irgendwie oder auch gerne jemanden, der einen ID.3 bekommt, dass ich da mitkommen kann zur Auslieferung oder mit der mit mir mal eine Rundfahrt macht. Wäre natürlich schön, das wäre irgendwie im süddeutschen Raum. Sonst können wir aber alles organisieren. Es haben sich schon zwei gemeldet, sind aber alle ein bisschen weiter weg. Das eine war sehr ungewiss. Bin gespannt, was da noch läuft. Ich habe auf jeden Fall das Model X hier irgendwann im September drin. Oder es ist jetzt auf Oktober. Ich muss nochmal checken. Und dann irgendwann das Model Y. Da glaube ich aber inzwischen nicht mehr dran. Ja, es gibt einen Haufen Videos. Gerade die Woche hauen gerade noch einen Haufen Videos raus. Verschiedene realen Tests habe ich euch schon gezeigt. Auch nochmal ein Autopilot-Test. Hier Autopilot on Tour. Das ist das neue Logo bei mir hier. Jetzt glaube ich dafür nochmal ein Test mit diesem. Und ich bestimme die Geschwindigkeit. Das Auto lenkt nur, wenn euch das interessiert. Und wie gesagt, nächste Woche weitere interessante Videos dazu. Und wenn ihr mich persönlich treffen wollt, vor allem wenn ihr hier aus dem Stuttgarter Raum kommt, könnt ihr mich treffen am Samstag, dem 29. Das ist der Rückgabetermin, wo ich das Standard Range Plus zurückgebe an diemobilisten.de. Deshalb machen wir auch ein Treffen in Göppingen. Und ihr könnt dort direkt auch das Auto angucken und eventuell was ausmachen. Wir machen Florian, der ist natürlich da auch mit seinen anderen Autos. Und wir machen ein bisschen Rundfahrt. Zumindest mitfahren auf jeden Fall. Ob man selber fahren kann, muss man gucken. Vielleicht kommen auch noch ein paar andere Kollegen, die mit ihren Autos kommen. Dann kann man auf jeden Fall mitfahren oder mit denen mal so ein bisschen die Autos angucken. Die verschiedenen Ausstattungen auch so. Wir treffen uns dort in der Nähe der Ladesäule im Stauferpark. Konkret kommt es nochmal. Die Bestätigung dann kurz vorher. Aber so ist jetzt mal im Moment der Plan. Ja, leider kollidieren einige Sachen. Aber hier habe ich nochmal die Sache jetzt auch in Plochingen. Also falls ihr in Plochingen und Umgebung seid vom Jan, der Stammtisch dort, da könnt ihr euch hier beim Doodle noch eintragen. Man sieht dummerweise nicht, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Es haben sich glaube ich 10 bis 15 Leute schon gemeldet. Aber wenn ihr da aus der Umgebung seid und sagt, okay, mich würde das interessieren, hier zu so einem Stammtisch da bei Plochingen, in Plochingen, könnt ihr euch gern da noch eintragen. Auch natürlich direkt unten in der Description nochmal. Ja, die Kollision habe ich jetzt hier mal aufgezeigt. Die Nord-Süd-Kollision. Am 17.05. ist nämlich sowohl das Model 3 Treffen in Hilden, das größte Model 3 Treffen in Hilden, vom T&E Magazin hier organisiert oder im Umfeld. Und leider auch jetzt, habe ich jetzt gesehen, der E-Mobilitätstag in Sinsheim, Speyer am Technikmuseum. Das ist natürlich schade, dass es am selben Tag ist, aber es ist dann hier im Süden eher und das ist eher im Norden. Ja, ist halt jetzt so, kann man nicht anders machen. Und wie immer habe ich leider auch an dem blöden Termin hier wieder auch einen privaten Termin und bin wahrscheinlich weder in Sinsheim noch in Hilden. Ist ja echt fatal. Das war letztes Jahr schon so. Also es überschneidet sich leider alles. Ja, es gibt doch irgendwann einen E-Können-Broll. Habe ich hier mal irgendwann die Woche auch rauskopiert. Da gibt es wohl dann demnächst auch vom Uwe und seinem Team. Ist ja ein neues Team. Michael Schmidt ist ja leider nicht mehr im Orga-Team drin. Eine Ankündigung, wann das ist, wie das ist, was da geht. Ich persönlich werde wahrscheinlich nicht daran teilnehmen. Wenn jemand in meinem Namen als Team schräg dort teilnehmen will, kann er sich auch gerne melden. Peter, ich weiß nicht, ob du es nochmal machen willst. Kann ich auf jeden Fall euch unterstützen und sponsoren. Das wäre noch eine Idee, dann fahre ich ja doch mit. Und ansonsten, in Horb bin ich auf jeden Fall. Horb ist um die Ecke. 11. bis 13.09. E-Mobil-Treffen in Horb. Ja, ich weiß, auf der Seite ist davon noch nichts zu sehen. Wir haben aber von Jerome jetzt zumindest mal den Termin. Und die WhatsApp-Gruppe, da steht es schon drin. Aber viel mehr gibt es leider auch noch nicht. So, was habe ich noch die Woche? Ich habe in der Woche noch was bekommen. Und zwar vom Thomas. Der hat mir was ausgedruckt. Der hat gesagt, der hätte da so ein schönes Teil. Und da habe ich gedacht, war super Idee. Weil das ist nämlich so ein Teil. Da ist so ein USB-Hub. Also es ist praktisch eine Schale fürs Model 3. Also so ein Konsolenteil, was du da reinmachen kannst. Und dieses Loch, was da ist. Man kann hier auch so Karten reinmachen. Verschiedene andere Sachen. Und das Interessante ist eigentlich, dass da so ein integrierter USB-Hub ist. Da muss man natürlich einen bestimmten USB-Hub kaufen. Den habe ich auch. Und dann kann man das da dann hier so integrieren. Ich habe das Teil jetzt auch hier. Es ist echt gute Qualität geworden. Vielen Dank an Thomas nochmal. Ich habe das auch hier jetzt gleich schon integriert. Hier sieht man es nicht so schön. Da ist dann der USB-Hub direkt integriert. Also es sieht richtig gut aus. Bin jetzt mal gespannt, wie es im Auto funktioniert. Ja, es gibt auf der Seite hier von dem, wo das herkommt. Hier, das ist eigentlich der Konstrukteur, der Autor von dem. Man kann es auch dort direkt bestellen auf der Seite, alle links unten. Man kann da tausend andere Sachen auch bestellen, habe ich jetzt gesehen. Und sich ausdrucken lassen, sogar über so einen Service und so weiter. Ja, bevor wir jetzt zum Abschlussvideo kommen, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Oder gestern war der viel mehr. Gestern war der Start hier vom Starman. Ja, das war doch eine coole Geschichte damals. Der fliegt jetzt seit einem Jahr? Nee, schon seit zwei Jahren. Oder wie lange fliegt der jetzt schon da auf dem Weg zum Mars? Von der mit der Falcon Heavy damals. Boah, die Zeit vergeht so. Das ist schon zwei Jahre her, glaube ich. Korrigiert mich, ja. Und ich habe gerade von dem Teil hier noch ein Video euch jetzt mitgebracht. Beziehungsweise der Thomas hat mir das geschickt, wie er das Teil ausgedruckt hat. Und damit verabschiede ich mich hier heute bei den Schrägen News. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.